Wer die Vielfältigkeit bei Fleisch- und Wurstwaren liebt, ist bei der Metzgerei Peter in Seeheim-Jugendheim in besten Händen. In dem seit fast 100 Jahren bestehenden Traditionsbetrieb werden sie kompetent beraten und zuvorkommend bedient. Die begeisterte Stammkundschaft lobt neben dem unvergleichlichen Geschmack auch die Frische der Produkte. Da die regionale Produktion ein besonders hohes Gut ist, hat die Metzgerei hervorragende Beziehungen zu Top-Lieferanten aufgebaut. Von denen sie mehrmals die Woche beliefert wird. So können Nachhaltigkeit und Vielfalt bei höchster Qualität stets gewährleistet werden. Die leckeren Fleisch- und Wurstwaren werden durch verschiedenste Spezialitäten aus eigener Herstellung ergänzt. Aber vor allem das Sous-Vide-Verfahren ist hier in jahrelanger Arbeit bis zur Perfektion verfeinert worden. Unterstützt wird die Metzgerei Peter übrigens durch den Bruder des Chefs, der einen eigenen Party-Complettservice betreibt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!